Bei Valiant suchen wir eine Entwicklerin oder ein Entwickler-Digitales-Business. Ein Entwickler-Digitales-Business ist ein neues Berufsbild, wo es darum geht, bestehende Abläufe innerhalb der Firma in die neue digitale Welt zu überführen, indem wir bestehende Prozesse analysieren, optimieren und dann entsprechend digital umsetzen und damit interne Stellen entlasten. Ein Entwickler-Digitales-Business lernt bei Valiant die technischen Grundlagen. Er lernt, wie man Anforderungen aufnimmt von Seiten des Businesses, also von den Fachleuten, die gewisse Anforderungen haben. Er lernt, wie man diese übersetzen und entsprechend umsetzen. Das heisst, er reagiert in der Schnittstelle zwischen der Bank und IT. In welchen Schritten die jeweiligen Prozesse durchlaufen? Die Lehre ist ja so aufgebaut, dass man zuerst ein Jahr im BBC absolviert, wo man Grundausbildung geniesst, zusammen mit anderen Lernenden von anderen Betrieben, bevor wir dann ab dem zweiten Jahr in die Lehre starten, bei Valiant. Wir arbeiten sehr häufig in Projekten. Es geht um Innovation. Wir arbeiten im Team. Die Entwicklerinnen oder Entwickler-Digitales-Business ist sicher nicht auf sich allein gestellt. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir selbstständig arbeiten. Ich denke, was bei uns speziell ist, ist unsere Unternehmenskultur. Das heisst, dass wir einen relativ unkomplizierten, bodenständigen Umgang haben. In der IT sind wir eigentlich auch grundsätzlich per Du. Der Frauenanteil in unserem Team ist leider noch nicht so gross. Es ist ein sehr spannender Job für Frauen und für Männer. Da machen wir keinen Unterschied. Wir haben ein enormes Potenzial, Banking im Bereich der Digitalisierung ein grosser Schritt voran zu treiben. Wir wollen in die neue Welt hineinführen. Warum jetzt gerade bei Valiant? Ich denke, das Spannende ist, dass wir eine Regionalbank sind, eine bodenständige Kultur haben, einen auf Augenhöhe begegnen und schlussendlich einen guten Spirit haben. Passt dieser Beruf zu dir? Willst du mit uns die digitale Zukunft von Valiant gestalten? Dann bewirte dich jetzt als Entwickler oder Entwickler digitales Business.